Kümmerliche Vorstellung Oh, er wollte gerade was schmeißen, aber hat er dann doch nicht gemacht Die Golems sehen cool aus Naja, das war's für dich, Golem Dann schauen wir mal, was uns in Tushu erwartet Da oben sieht man übrigens auch einige Zacken von einem Turm Wessen Turm könnte das wohl sein? Und ganz da hinten sieht man auch Gebäude oben auf der Klippe Was zum Billard? Schhh, meine Klinge ist spitz Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben Kannst du's spüren? Was willst du? Ja, wer das wohl war Das werden wir sicherlich noch herausfinden Und ich wette, es wird uns aus den Socken hauen Naja, aber man kann sagen, was man will Dieses Gebiet an sich ist schon eindrucksvoll gemacht Also dieser riesige Baum macht was her Fremder, hör mir zu Was ist los? Ich beschütze diesen Ort Bevor sich die Bewohner von Schwarzwasser mit dir einlassen Musst du beweisen, dass du dazu bereit bist, etwas für Schwarzwasser zu tun So sind die Regeln Wer macht solche Regeln? Ich Also gut, was soll ich tun? Die Lurker hier in der Gegend sind zu einer echten Plage geworden Zerstör ihre Gelege und bring mir die Eier als Beweis Du kannst mich in der Sumpflie hier finden Halt einfach nach der größten Hütte hier im Ort ausschau Wo finde ich die Lurker Gelege? Im Osten von Schwarzwasser soll es mindestens ein halbes Dutzend geben Schau dich dort um Ja und ab jetzt wird es immer lächerlicher Man merkt schon, ich komm hier an Er sagt einfach, ich beschütze den Ort hier Aber wenn du Hier irgendwas möchtest, dann musst du erstmal Lurker Ah ja Moment Also Es kommt einfach direkt zur Quest Du hast nicht mal ne Wahl Was ist hier in Schwarzwasser los? Wir können später reden Erledige erst einmal deine Aufgabe Ja Ich kann nicht mal mit ihm reden Er weiß so nicht mal, wer wir sind Und als ob jeder hier zum Lurker-Eier sammeln geschickt wird Willkommen in Schwarzwasser, Fremder Gut, einen neuen Kunden zu sehen Schwarzwasser? Bin ich nicht in Tushu? Doch, Fremder Das bist du Der große Baum dort, das ist Tushu Aber der Ort drumrum heißt Schwarzwasser Ich muss mit den Magiern sprechen Dann sprichst du am besten mit Gielana Sie ist die Hüterin der Wurzeln und kennt jeden Magier in Tushu Geh einfach die Treppe hoch, die in den Baum hineinführt Da steht sie irgendwo rum Was denkst du über Leborash? Ach, der nervt Selbstgerecht und eingebildet ist er Einfach nur lästig, der Kerl Hast du Angst vor Leborash? Angst ist das falsche Wort Mit dem Bastard kann man einfach nicht reden Grundsätze und Prinzipien, das ist alles, was er kennt Mein beschissenes Leben besteht aus Kompromissen Was für Grundsätze hat Leborash? Keine Gewalt, kein Schmuggel, kein Sumpfkraut, kein Alkohol Verdammt, wie soll das gehen? Ich muss Geschäfte machen Mit wem? Was denkst du über die Magier? Es wäre gut, wenn sie die einfachen Leute hier im Ort ein bisschen unterstützen würden Aber sie kümmern sich nur um ihren eigenen Kram So, bei dem hab ich jetzt auch mal mein Inventar aufgeräumt Kann ich da mal durch Kann ich da mal vorbei Der will mich da echt nicht reinlassen Doch Hey Schon wieder ein Neuling Was willst du hier? Ich such zwei Magier, die vor ein paar Wochen im Archiv der Silberseeburg nach einem alten Tempel geforscht haben Solche Details verwaltet Großmeister Merdarion Dann möchte ich mit dem Großmeister sprechen Der Großmeister des Wassers ist beschäftigt Dann möchte ich mit dem Großmeister sprechen Ohne meine Erlaubnis wird keiner der Großmeister gestört Dann hätte ich gern deine Erlaubnis mit Großmeister Merdarion sprechen zu dürfen Ha, da bist du nicht der Erste Mach dich erst einmal nützlich und steig in das Kellergewölbe hinab Hier, direkt neben dem Eingang Da, wo die Wurzeln herauswuchern Wenn du Voltus das Versprechen abbringst, keine Kampfzauber mehr im Baum zu wirken Sehen wir weiter Sag ihm, beim nächsten Knall darf er im Sumpf weiter forschen Und dann lässt du mich zum Merdarion? Vielleicht Voltus macht Probleme? Seine Experimente sind gefährlich Dass der Rat ihn im heiligen Baum duldet, ist ein Skandal Wenn Voltus gefährlich ist, warum ist er dann auch hier? Angeblich ist er ein Genie Wenn du mich fragst, ist er einfach nur verrückt Verrückt? Warum? Er forscht nach neuer Magie Warum? Ha, wenn es die gäbe, hätten die Götter sie bereits unseren Vorfahren geschenkt Du denkst also, dass Voltus die Götter erzürnt? Was Voltus tut, ist grundsätzlich falsch Warum? Wenn der Rat seinem Treiben nicht bald Einhalt gebietet, werde ich es tun Der Rat? Sind das die Anführer hier? Sozusagen Die drei Großmeister der Bruderschaft verkörpern Feuer, Wasser und Finsternis Erzähl mir mehr über den Großmeister des Feuers Großmeister Milton ist ein begnadeter Feuermagier Manche behaupten, er sei der mächtigste Magier der Welt Sein Herz gehört dem Wissen Es war seine Idee, den heiligen Baum für alle Magier zu öffnen Egal, welche Herkunft sie auch haben mögen Manche trauen ihm nicht, weil er mit dem König von Myrthana befreundet war Doch der Großmeister lässt sich davon nicht beirren Was weißt du über den Großmeister des Wassers? Großmeister Merdarion redet nicht viel über seine Vergangenheit Man munkelt, er sei damals mit Großmeister Ningal aus Morazul geflohen Als ob es etwas gäbe, dass zwei mächtige Magier wie sie fürchten müssten Großmeister Merdarion hat großes Interesse an den alten Ruinen von Argan Und leitet mehrere Expeditionen Wer ist der Großmeister der Finsternis? Großmeister Ningal Er ist ein sehr verschwiegender Mann Alles, was ich über ihn weiß, ist, dass man in seiner Nähe Vorsicht walten lassen sollte Wieso? Tötet er Leute, die ihm nicht gefallen? Ich habe schon zu viel gesagt Ja, da wissen wir doch Bescheid Nichts anfassen Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, die Werkzeuge eines Magiers anzugrapschen Schlauer Bursche, lass mich raten Das Hexenweib hat dich geschickt Gielana hat mich geschickt Ich soll dir ausrichten, dass du bei der nächsten Explosion im Sumpf landest Keine Sorge, Experiment ist vorbei Was? Kein weiterer Auftrag? Kein Auflehnen? Keine Prügelei? Gut, dann nichts wie ab zu Großmeister Merdarion Merdarion? Merdarion? Ich bin Mitglied von Two-Shoe zu werden Klamotten und alles Aber dafür brauche ich was Zahle sogar Interesse Was willst du? Nen Strohhut Orks sind mir zuvor gekommen Brauch ihn unbedingt Einen Hut? Wollt ihr alle meine Zeit verschwenden? Hast ne Prinzessin erwartet? Wenn du's Gold nicht willst Find ich nen anderen Dummen Du verstehst es einem, das Angebot richtig schmackhaft zu machen Braust mich Zum Merdarion lässt dich's Hexenweib nicht durch Strohhut Ich helf dir und bring dir den Strohhut Wo finde ich ihn? In der kleinen Ruine Dort hocken ein paar ausgestoßene Orks Geh nach Süden zu den Stegen Und folg dann den Fackeln nach Südwesten Warum ist der Strohhut so wichtig? Wirst schon sehen Hat es Gelaner auf dich abgesehen? Das Hexenweib versteht nichts von Magie Ich schon Sie ist als eine Art Kräuterhexe? Ich hab mich schon gewundert Eine Frau unter den Magiern zu sehen Magierin ist sie Bloß keine Forscherin Kennt nichts Neues Macht nichts Neues Habt hier nichts zu suchen Gelaner ist ein weiblicher Magier? Er zirnt das nicht die Götter? Bist nicht von hier Was? Magierinnen gibt's in Sitarif schon seit Jahrhunderten Vielleicht ist Gelaner die Strafe der Götter Du bist ein Forscher? Bin ich Magie ist wandelbar Wird was Neues schaffen Es den verknöcherten Säcken da oben zeigen Neue Magie? Hat sich in den letzten Jahren gewandelt Muss nen Grund haben Warz abwärt alles was die Narren hier glauben Auf den Kopf stellen Warum steckst du hier unten in einer feuchten Höhle? Kann hier in Ruhe arbeiten Die da oben furzen den ganzen Tag in ihre Sessel Bin der einzige richtige Forscher Sie Haben dich hierher verbannt? Ne Hab mit Arion gefragt Engstirnige Narren da oben gehen mir auf den Sack Was ist das für ein Ding neben dem Wasser? Pumpe Hält die Höhle trocken Ja, trocken als den Sumpf Scheiß Krötze sickert hier durch Ja, ist mir ne Freude Gehen dir Leute, die ständig sinnentleerte, kontextfreie Reden halten Ebenfalls auf den Geist? Ja Boah, weiß er das Ah, hier ist eine unsichtbare Wand Perfekt Und? Was sagt der Lump? Vultus wird dich nicht mehr stören Ich würde dich als Lügner bezeichnen Aber seit einiger Zeit ist es tatsächlich Verdächtig still Heißt das, du lässt mich jetzt zu Merdarian? Nein Nur Mitglieder der Bruderschaft von Tushu dürfen mit den Großmeistern reden Du hast mich verarscht Nein Es liegt in meiner Macht, dich in unseren bescheidenen Zirkel aufzunehmen Wenn du dich als würdig erweist Na schön, ich mach mit Was willst du von mir? Jemand hat im Sumpf verbotene Experimente mit Snappern durchgeführt Einer der Snapper ist entkommen Zusammen mit einem magischen Halsband Das seinen Besitzer Kompromittieren könnte Verstehe Ich soll also heimlich den Snapper und das Halsband beseitigen? Nicht ganz Was mit dem Tier geschieht, ist mir gleich Das Halsband jedoch bringst du zu mir Ich werde dich für deine Mühen entlohnen Ich werde dir das Halsband besorgen Sag mir einfach, wo ich den Snapper finde Meinen Lehrlingen zufolge hat er sich in eine verborgene Tropfsteinhöhle verkochen Die im Westen des Sumpflandes, nördlich der Goblinhöhlen liegt Angeblich hausen dort noch andere Bestien, aber Kräftig genug siehst du ja aus Was, wenn ich es nicht bin? Kein großer Verlust für Tushu Was ist denn ein Snapper? Eine große Echse auf zwei Beinen Schnell, stark, blutrünstig Das Exemplar, das du suchst, ist Besonders bösartig Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie die Snapper hier aussehen Aber sie haben schon mal gesagt, auf zwei Beinen Denn in Gothic 1 und 2 hatten Snapper ja auch Nur Beine, keine Arme Und in Gothic 3 hatten sie dann auf einmal Arme Deswegen, mal gucken, wie sie hier aussehen So, und wir sind mal wieder Level up Hey, das ist ja der Wahnsinn Oh, ist schon eine schöne Aussicht hier Was ist zwischen Vultus und Gilana los? Die beiden haben akademische Differenzen Aka... was? Sie haben sehr unterschiedliche Ansichten, was Arkane Forschung betrifft Gilana ist ganz versessen darauf, dem Wissen der Alten auf die Spur zu kommen Sie hält Vultus-Experimente für kindisch Lass mich raten Bei Vultus ist es genau umgekehrt Korrekt Er denkt, dass die Magie nie Fortschritte machen wird, wenn wir ständig nur in die Vergangenheit blicken Wer hat deiner Meinung nach recht? Vultus oder Gilana? Beide Habt ihr Vultus wegen des Streits mit Gilana in den Keller verbannt? Ich glaube, das hat Gilana eingefädelt Einige meiner Kollegen stören sich an ihrem Streit Besonders wenn die beiden sich gegenseitig sabotieren Und andere Mitglieder der Bruderschaft in Mitleidenschaft ziehen Und du? Solange sie meine Bibliothek nicht anrühren, empfinde ich ihren Streit als durchaus amüsant Ja, das merkt man Er grinst nämlich die ganze Zeit Ich muss zu Merdarion Großmeister Merdarion hält sich zur Zeit im Sanktum auf Wie komme ich zum Sanktum? Gar nicht, du bist ein Fremder Nur ein Mitglied der Bruderschaft von Tushu darf durch diese Tür schreiten Wie mit den leuchtenden Runen? So ist es Wann kommt Merdarion da wieder raus? Das weiß nur Großmeister Merdarion selbst Na schön Wie werde ich ein Mitglied der Bruderschaft? Gilana, die Hüterin der Wurzeln, entscheidet, wem diese Ehre zuteil wird Danke Haube des Schattenmagiers Also ich wette, dieser Helm, der wird absolut bescheuert aussehen Oh ja Das ist es Da geht man hier gemütlich spazieren, auf einmal kommt ein Waran Unerhört Was kannst du mir über das Kaffee erzählen? Du solltest erstmal mit Leboras sprechen, jeder Fremde muss sich bei ihm melden Verkauf mir wenigstens einen Schluck Wasser Tut mir leid, auch Handel ist ohne Leboras Genehmigung verboten Wer hätte das gedacht? Wende dich an meinen Vorgesetzten Mhm Schau an, endlich mal ein neues Gesicht in Schwarzwasser Hast wohl lange kein neues Gesicht mehr gesehen, was? Ja, aber du solltest erstmal mit Leboras reden Er ist hier sowas wie der Büttel Denk nicht drüber nach, red einfach mit ihm Warum? Er will jeden Fremden sprechen, der nach Schwarzwasser kommt Also mach es einfach Hey Chef, tu mir mal einen Gefallen, ja? Warum sollte ich das tun? Ich mach dich reich Sagt der Mann, der im Sumpf haust Hey, lass dich nicht täuschen Find meine Tasche Du wirst schon sehen Warum sollte ich deine Tasche suchen? Kannst sie behalten, Chef Eine wertvolle Tasche Mit goldenen Verzierungen und so Ich bekomme nur den Inhalt Der Inhalt interessiert mich aber mehr Der ist rein persönlich Völlig wertlos für dich, Chef Also gut Wo ist deine Tasche? Die habe ich fallen lassen Als mich die Lerker erwischt haben Wie ich ihre Eier klauen wollte Die Bieste haben ihr Gelege im Osten von hier Sag schon, was ist in der Tasche? Wie gesagt, Chef Nur ein paar persönliche Sachen Was für persönliche Sachen? Papiere Briefe Erinnerungen Familiensachen eben Woher hast du eine wertvolle Tasche? Du siehst aus wie ein Penner Ich bin doch kein Dieb Sie ist ein Familienerbstück Ehrlich Und das Erbstück willst du mir geben? Wie soll ich dich sonst bezahlen, Chef? Ich hab doch nichts Ja, eine weitere fantastische Quest Die auf uns wartet Ich würde sagen Darum kümmern wir uns dann In der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Tschüss Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.